... weil ich besser werden wollte. Und ich wollte auf das Sportgymnasium, weil ich meinen Sport da mehr treiben kann und trotzdem die Schule mit inbegriffen habe. Ich habe mich für das Sportgymnasium entschieden, weil man Schule und Training kombinieren kann. Ich habe mich für das Sportgymnasium entschieden, weil es mein größtes Erlebnis ist. Weil man hier neue Freunde kennenlernt und somit seine Ziele erreichen kann. Und weil ich Olympiasieger werden will und weil ich mir kein anderes Leben ohne Sport vorstellen kann. Ich bin hier, da mir die Kombination aus viel Training und Schule sehr gefällt. Und ich bin hier, um mich zu verbessern und irgendwann mal bei den deutschen Meisterschaften abzuschneiden. Mir gefällt am besten der Zusammenhalt und die Selbstständigkeit für das spätere Leben. Also mir gefällt am meisten der Zusammenhalt in unserer Trainingsgruppe. Und das ist in der Nachtsleben ein sehr selbstständig. Hier auf der Sportschule in Jena gibt es sehr professionelles Training. Man versteht sich in den Trainingsgruppen sehr gut. Außerdem ist es mit der Schule sehr gut kombinierbar. Und ich kann nur empfehlen, hierher zu kommen. Jetzt habe ich evangelical, die wichtig sind. Maiüss. In diesem Ort war ich erstmal mein Kiel herkang dazu vor. Der SG-H Group ist genau ein Ecken! Vielen Dank.